ja jetzt willkommen zu einer weiteren folge ultimate fishing simulator 2 wir sind jetzt schon ein gewässer weiter ich bin jetzt schon level 6 und bin jetzt hier bei schleier barsch rapfen barbe also wir fangen ich kann mal sagen was wir jetzt fangen schleier barbe brasse karpfen spiegel karpfen und mehr hatte ich noch nicht das ist jetzt hier ist das jetzt hier das ist glaube ich ein polnisches gebiet aber wir gehen einfach mal rein ausrüstung zeige ich euch gleich wichtig ist wie gesagt ich habe bisher wirklich nur die die schnur verbessert und das hilft auch schon ich kann euch gleich noch mal zeigen wie ich jetzt hier ange aber immer kurz in die ausrüstung sein also ich habe jetzt das eine was ich jetzt hier geändert habe ist die schnur wie gesagt die rolle habe ich halt wie gesagt da habt ihr am anfang gesehen in der ersten folge halt die 4,5 kilo rolle die standard 2,7 meter fiedermaster route habe ich auch noch nichts geändert obwohl die stärke nur 3,5 hat die schnur hat schon 4,8 aber trotzdem bin ich ist die schnur immer noch mein schwächstes lied fünf kilo leader vorfach normaler bobber normales bleihaken habe ich jetzt mal auf achter geändert und teig habe ich noch jetzt ist halt die frage wie viel teig habe ich dann noch ich sehe gar nicht wie viel teig ich jetzt habe ich habe halt zweimal teig gekauft aber ich glaube das ist ja unendlich oder was ich sehe gar nicht wie viel teig ich jetzt hier habe keine ahnung ich sehe es nicht weiß ich nicht egal wir sind jetzt hier an dem gewässer hier zeig ich euch mal bin wie gesagt hier am spawn wir werfen wir gehen jetzt einfach hier vorne hin nimmt die route raus aber jetzt hier die tiefe die könnte hier neben dem fragezeichen der tasse und dem fragezeichen und die hier die tiefe ändern ein meter 30 habe ich jetzt tiefe wie gesagt zugkraft müsst ihr halt einstellen wie viel das gewässer ist level 3 und ihr kriegt halt mit jedem level stärkere schnüre würde ich euch auch mal empfehlen die stärkste zu kaufe ich habe jetzt meist immer mono gekauft schmeißen jetzt einmal mal aus dann werft ihr so hier ja ein bisschen reinholen geschwindigkeit könnte gleich von der prozent einstellen mit der maus dann fangen wir jetzt hier aber bisher habe ich jetzt hier jeden fisch rausgekriegt aber sie gesagt ein bisschen andere drill technik kann ich euch gleich noch mal zeigen und da kommt nicht zu mir machte gerade er wird hier sehr sehr schnell ich bin jetzt von level 3 auf level 6 sehr sehr schnell gerade mit level 4 mit der schnur wo ich die schnur wieder verbessert habe gerade da habe ich habe extrem schnell jetzt gelevelt und da sieht man jetzt gerade nicht guckert mal ja noch 318 erfahrungspunkte dann kommt das nächste gewässer würde ich euch auch vielleicht immer empfehlen einfach zum nächsten gewässer dann gehen und ja dann weiter angeln wie sagt das nächste gewässer ist glaube ich so mit bachforellen und donau laxen oder sowas auch wieder ein bisschen spinnen das ist jetzt hier mal so ein gewässer mit naturköder wo man mit der matchroute ein bisschen angelt wie gesagt die kann es jetzt halt immer einen kleinen moment dauern dann kommt halt dicker fisch angeschwommen und da halt gerade diese angelmethode die ich euch gleich zeigt da kommt doch schon dicker die andere methode die ich euch gleich zeigt da drücke ich halt linke und rechte maustaste gleichzeitig jetzt warten wir erstmal dass der beißt und ganz langsam an ist auf jeden fall schon größerer so schlagen wir an und jetzt immer linke und rechte maustaste gleichzeitig drücken beziehungsweise kurbeln könnt ihr immer und dann immer die rechte maustaste wieder zum pumpen halt so jetzt müssen wir hier ein bisschen runter schalten er ist ein bisschen größer der fisch jetzt können wir wieder ein bisschen höher schalten hier die bremse das macht ihr halt hier mit dem plus und minus aber halt neben der enter taste und neben der shift taste dann einfach mehr pumpen hier muss halt nur ein bisschen auf die bremse aufpassen dass er nicht zu lange im roten bereich ist zeigt er euch an hier bei dem fisch der balken und wenn der halt im roten bereich ist da solltet ihr dann also ich kann noch mal erhöhen glaube ich jetzt noch mal die bremse jetzt ist er wieder im roten bereich nicht gut nicht gut nicht gut da der ist größer der fisch der ist definitiv größer also wieder müsse halt mehr bremse ein bisschen spielen wieder hoch und so kriegt ihr halt die fische denn schneller auf jeden fall ans ufer machen um eine bremse hoch immer wieder die hand auf minus taste am besten oder belegt euch das halt um als könnte man vielleicht noch eine stufe hoch machen aber er kommt glaube ich schon noch nicht ganz also der ist ein bisschen größer jetzt sollte aber gleich haben jetzt schon haben wir jetzt schon 4,8 kilo habe ich jetzt schon drauf die mono tag jetzt einfach mal auf 90 prozent gehen wir doch schneller raus wo habe ich jetzt auf jeden fall die fische deutlich schneller rausbekommen schon an der oberfläche schon mal gut aber er kennt ja auch er ist so bei ein bis zwei meter so also zwei meter fängt er dann an zu kämpfen jetzt geht die spannung nämlich auch nicht so hoch weil man hier pumpt dadurch bleibt die spannung halt lange niedrig dass man die bremse halt erhöhen kann wenn ihr jetzt einfach durch kurbe also durch quasi einfach nur die route nach oben haltet und dann halt die nicht mehr runter lässt dann geht die spannung halt immer deutlich höher und dann dauert der drill hat auch wesentlich länger und so geht das jetzt halt deutlich flotter ich hatte auch haben er am anfang da gleich so ein 4 kilo fisch durch level 3 war hier an das gewässer gekommen bin und er hatte also der hat mich richtig zu schaffen was ich glaube über 20 minuten gedrillt jetzt haben wir denn mal gucken wie groß der ist 13,3 auf jeden fall schönes exemplar bringt sie auch gleich 89 xp 91 dollar hier guck mal gleich screenshot machen mit g könnt ihr das hier halt ausblenden das hat nehmen wir mit mal sind wir schon bei 95 also das geht so schnell hier cashernetz müsst ihr halt immer darauf achten dass das hat weil das levelt ihr halt dann müsst ihr die frische immer rechtzeitig verkaufen weil jetzt habe ich zum beispiel 25 kilo und wir bräuchten jetzt halt hier 35 xp kriegt halt immer ein xp pro fisch und bis der balken halt voll ist dann levelt ihr den cash auf level 3 und dann könnt ihr halt auch mehr fische ins cashernetz machen wir machen einfach weiter nächsten fisch hier rankurbeln wieder so dass wir ungefähr bei 17 16 meter seit könnte auch 15 meter rankurbeln halt hier hinter die seerosen wenn ihr auf realistisch spielt müsst ihr halt auf die pose achten wir können ja die pose gleich mal beobachten ich glaube die wird dann so runter gezogen das posen symbol oben rechts ich habe zum beispiel zweimal teig gekauft und ich weiß jetzt nicht wie viel teig ich habe also keine ahnung ich mach mal die bremse wieder ein bisschen runter keine ahnung wie viel teig ich jetzt insgesamt noch besitze also kumpel meinte zu mir dass man wenn man einmal kauft dass man zehn teig hat müssen wir mal sehen wenn der teig alle ist dann müssen uns hat neun kaufen ist ja nicht so schlimm jetzt achten wir mal auf die pose wie die sich gleich bewegt und dann drückt ihr halt einfach linke und rechte maustaste anschlagen wie sie ab rassen geben auch gutes geld barben geben sehr sehr gutes geld also barbe war glaube ich mein bester fisch jetzt aber wie gesagt die schnur könnt ihr halt glaube ich bei jedem level könnt ihr stärkere schnur kaufen raskarpfen zum beispiel hatte ich noch gar nicht aber wir könnten jetzt zum beispiel glaube ich auf mais umschwenken könnten jetzt mais kaufen aber es läuft ja auch so ganz gut da kommt eine barbe da kommt eine barbe kein köder am haken naja ok jetzt ist der köder also alle ok dann waren das wirklich nur noch zwei zeigt die wir hatten könnten jetzt mal auf mais umschwenken und uns auch noch mal eine stärkere schnur aber das geht ja auch so jetzt also ihr seht ja der will ja hier sehr sehr schnell groß ist die barbe ok die ist jetzt nicht so groß aber sie trotzdem schon 36 dollar halt so müssen neuen köder kaufen schon mal gut dass er uns auf jeden fall warnt aber wir könnten jetzt rein theoretisch der teils hat level 2 könnten aber auch jetzt käse in den mais doch meist könnten wir kaufen ich ist aber vom bar besteht hier wieder nix dann einfach noch größere fischer könnte man jetzt rein theoretisch machen und das einfach mal kommen wir probieren dass man kauft mal einmal mais aber noch mal einmal teig jetzt muss ich aber am besten der neue schnur kaufen jetzt level 6 6 gibt es gar keine neue schnur ok erster level 7 gibt es denn hier die monotag zum beispiel dieser level 9 das ist ja blöd müssen die andere mono nachher kaufen die 5,5 wäre vielleicht mal sehen gut dann müssen jetzt bloß das neu ausrüsten also teig hier steht mal 10 okay hier steht es dran ja ich nehme mal mais jetzt probiere es jetzt einfach mal einfach mal ran die schnur gibt es jetzt keine stärkere schon mal gut zu wissen das ist doch schon mal gut zu wissen so wieder ein bisschen rankommen müssen weit geworfen hier so passt das aber halt den maiskorn da wie gesagt es gibt jetzt halt spinning und es gibt halt die naturköder variante grund angeln und dass er laut jetzt wieder hier mit der unter wasser ding grund angeln und fliegen fischen und was nicht noch alles kommen soll das spiel soll jetzt wohl ein halbes jahr im early access bleiben turniere kommen auf jeden fall noch mit rein und sowas alles ja mal sehen also es macht schon spaß also gerade jetzt level 1 habt ihr aber wahrscheinlich bei mir im stream gesehen ist er jetzt da ja der ist da dass sie das halt die pose runter gegangen level 1 ist natürlich jetzt echt schwierigkeit wenn man da eine dicke dicken rotlachs oder oder dicken klein maul barsch oder oder die regenbogen forelle oder so dran hat das ist der natürlich muss man halt durchhalten mit level 1 muss man halt auf level 2 sobald man halt level 2 ist und sich die stärkere schnüre kauft macht es halt ein riesen unterschied das ist wirklich so sobald man die schnur verbessert macht es auf jeden fall deutlich mehr spaß auch die fische zu drillen und level 1 ist halt wie gesagt echten krampf weil die drills teilweise echt lange dauern aber probiert zwar wirklich mit diesem pumpen ja dann könnt ihr die bremse auch ein bisschen höher stein könnte halt ein bisschen besser mit der bremse spielen probiert das einfach mal aus mit oder ist schon wieder ein fisch glaube ich jetzt geschlagen waren oja oja ist das jetzt mal ein bisschen pumpen aber jetzt nicht gesehen was das zum fisch ist wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen ist jetzt auf mais auf jeden fall ein fetter fisch auf meinst du ich mach mal die bremse ein höher sagt mit der bremse jetzt müssen wir runter 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 jetzt wieder höher der fisch ist gut der ist gut stärkeres equipment können wir jetzt noch nicht benutzen seht ihr auch die schnur ist immer noch mein schwächstes glied quasi in der montage kann aber auch sein dass das auch mit dem vorfach zusammenhängen ich kann mich noch daran erinnern dass da so ein thema vorfach im playtest war vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem jetzt muss ich das auch ein bisschen an dem vorfach der zieht schon gut 139 meter brauchen wir noch auf der auf der route hier das ist ja echt zu sehen dass wir daran kriegen das heute hinterherlaufen die bremse schon auf 90 prozent ihr seht jetzt entspannung bleibt niedrig weil wir halt die ganze zeit pumpen und hätten wir jetzt einfach nur die route nach oben gehalten oder so die spannung hat jetzt schon längst im roten bereich kann man das hat so ein bisschen erinnern halt dass man die bremse bisschen mehr nutzt man sieht richtig wie die schnur weniger wird mich hatte glaube ich von 145 meter ist dann wirklich ab und zu mal die schnüre neu kaufen weil mir ist jetzt noch keine auf 139 meter davon geschwommen zur not würde ich hier halt auch hinterher gehen man kann hier halt um das ganze gewässer rumlaufen man kann teilweise auch in flachen bereichen ein bisschen ins wasser gehen aber das ist mein größter fisch glaube ich also das ist mein allergrößter fisch da machen gleich mal ein screenshot er wird übel hier ich weiß auch nicht was es ist ich habe noch nicht geguckt und da was der kamera hat mir jetzt noch nicht an aber er kommt er kommt er kommt das sieht gut aus das sieht echt gut aus und die spannung niedrig bleibt ist alles gut uns reißt nämlich die schnur ab wenn er zu lange im roten bereich ist also zu lange halt mit den vier roten punkten wenn er da halt ans maximum geht da muss man echt vorsichtig sein aber er kommt er kommt vielleicht kriegen wir auch gleich an die oberfläche wer weiß jetzt sehen wir auch gleich nämlich auch schön aber der kommt der kommt langsam aber er kommt aber immer gespannt jetzt was das ist und auf jeden fall mein wertvollster fisch sein 4,7 jetzt können wir gleich cashen es ist ein karpfen normaler karpfen ok und sehen mein größer war glaube ich 15 kilo jetzt müsste eigentlich gleich cashen beziehungsweise jetzt kommt er wieder weg dann müssen wir noch mal zwei meter jetzt fängt er an jetzt fängt er an kommen wie groß ist er ohja 50,5 ja das ist fast doch neuer persönlicher rekord doch 103 xp oh das passt doch hier das passt doch das passt mache ich hier auch nochmal ein screenshot so jetzt brauchen wir zum beispiel ja ein, zwei fische noch und dann sind wir hier durch mit dem gewässer dann haben wir fertig guck mal jetzt haben wir uns nur noch 138 aber wir müssen den cashen noch schnell mehr machen die war ein bisschen größer jetzt hier die fische noch ein bisschen größer und so angeht ihr glaube ich auch im realistischen modus halt ohne unter wasser kamera da müsst ihr halt immer die anzeige im auge behalten ihr könnt ja auch zoomen mit z könnt ihr auch ich weiß nicht ob man das an der pose denn sieht können wir mal beobachten so den Biss an der pose halt sehen die pose ist halt auch sehr sehr klein vielleicht kann man die ja der hat gebissen vielleicht kann man die später auch noch größer machen aber das ist ein kleinere aber klein viel macht ja auch Mist und levelt halt den casher das ist jetzt eine Schleie wir können nochmal gucken also wir sehen auf jeden Fall die pose zieht dann sofort runter dann können wir auch anschlagen du musst halt nur z drücken damit wir wieder aus dem zoom raus gehen 137 Meter die Schnur wird ja mehr kürzer hier auch lustig eigentlich ne dass wenn die Schnur verschleißt dass dann die Meterzahl runter geht dass das quasi die Abnutzung der Schnur ist auch nicht schlecht ne also hat halt jedes Angespiel so ein bisschen die Eigenheiten und ich finde dieses Spiel ist halt doch schon sehr akkade aber es macht irgendwie Spaß also wenn man erstmal level 1 über überwunden hat es macht irgendwie Spaß und man versucht irgendwie nach Thailand zu kommen oder zum Nord-Ostsee-Kanal geile Fische fangen also Kumpel von mir hat jetzt am Nord-Ostsee-Kanal gerade ein Kabeljau gefangen der gab einfach mal 1000 XP und 1000 Dollar 35 Kilo Kabeljau richtig geil also da habe ich auch schon Bock drauf vor allem im Nord-Ostsee-Kanal finde ich auch mal interessant mal ein deutsches Gewässer mal ein Gewässer was es glaube ich in keinem anderen Spiel bisher gab also wirklich ja coole Sache auch mit der Flunder da und so ich glaube Hornhecht ist auch beim Nord-Ostsee-Kanal da in Kiel mal sehen jetzt geht er gleich wahrscheinlich unter man kann das übrigens auch skillen dass die Fische schneller beißen also das ist das ist ein Skill den man halt aber man kriegt glaube ich alle zwei da kriegt man einen Fähigkeitspunkt dann kann man halt entweder den linken Baum oder den rechten Baum skillen der linke ist halt so ein bisschen mehr für Silber also für die Dollars und der rechte ist halt mehr so XP und und Spürsinn und ja muss man halt echt überlegen was man da am besten skillt gut ich werde jetzt hier erstmal entspannt hier noch weiter machen und dann schon mal das nächste Gewässer erkunden und mach dann auf jeden Fall ein Video dann vom nächsten Gewässer mit Bachforelle und Donau Lachs und so vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten danke auch nochmal an meinen Kollegen Miguel für die ganzen Tipps und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielen Dank tschüss